Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Tasty Blue und ja, es geht weiter mit dem nächsten Level Skull Treasure, also Skelett-Schatzkiste und oh, 20 Sekunden für 3 Sterne, Mensch, da können wir doch häufiger mal probieren Also, wir müssen Münzen sammeln So, und wann sollen wir hier die Köpfe essen können? Ach, jetzt, eben ging's noch nicht, oder was? Naja, da geht's, das geht auf jeden Fall noch schneller, also bei so kurzen Leveln kann man ja auch ruhig paar Mal versuchen So Wieso können wir die jetzt noch nicht essen? Was ist los hier? So, 18, 11, das war gut So, gibt auch 3 Sterne, also die ersten 3 Sterne hier für uns als kleiner Flipper So, Anemones and Octo Also Anemone und Octo ist ja wahrscheinlich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Octo Octo, Octopus So, 46 Sekunden Alter, leck Das geht Aha Als erstes müssen die Clownfische dran glauben Tut mir wirklich sehr leid So, dann die Blauen Frag mich nicht, wie die heißen Die Clownfische kenne ich auch nur wegen Findet Nemo Mhm So, Dori Dori-Fisch Da ist der Octo gewesen So, was, 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 was passiert hier noch? Müssen wir hier eigentlich Aha, die können wir Also man muss ja erstmal ausprobieren Was man kann und was nicht So, die Zeit für 3 Sterne ist übrigens vergangen Joa, aber das sollten wir hinkriegen, ne? Da sind wir ein bisschen zu früh Ein bisschen zu früh an diese Anemone rangegangen Und die waren dann halt böse zu uns So, jetzt dürfen wir Ach komm, aber auch nicht alle, oder was? Ah, ich musste es versuchen Ich musste es versuchen Sonst hätten wir da Naja, sonst hätten wir es nicht schaffen können Auf die 46 musste ich gehen Also manche gehen dann und manche noch nicht Das ist irgendwie ganz komisch Ziemlich gemein Das ist irgendwie ganz komisch Ne, zu spät Ah, 47 Mist Also da sind wir zu spät dann nach links Aber wenn ihr denkt Ich gebe hierbei sowas auf, wo es so knapp ist Dann habt ihr euch getäuscht Also bei den anderen Leveln hier Als Delfin aus der letzten Folge Okay, das Da fehlt ein bisschen was Aber wer weiß Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis Wie wir hier irgendwie was tolles noch machen können Als mit der Steuerung Aber auch da werden wir dann nochmal versuchen Hier wirklich alles zu machen Ah, Mann Warum will der nicht? Das ist so doof Naja Naja, diesmal haben wir es auch nicht ganz geschafft Also das war nicht so gut Da haben wir am Anfang zu viel Schaden bekommen Ja, das ist so super Nicht so gut Nein Ich bin jetzt schon Schaden Ich bin jetzt schon Ich bin jetzt schon Schaden Littes Ich bin jetzt schon also es gehen scheinbar nur ein paar 46 13 ich fast es ja nicht meine fresse nochmal ich werde nicht aufgeben ich werde nicht aufgeben ich werde nicht aufgeben nicht bei level unter einer minute oder unter zwei minuten auf keinen fall vor allem nicht wenn es zu knapp ist das wäre ja blödsinn scheiße ich weiß auch nicht was das soll wir dürfen noch nicht so ungeduldig sein wir schnappen hier erstmal alle schön alle fische weg so und dann gucken wir einfach nochmal hier so ein bisschen hier der erste der geht schon mal nehmen wir schon mal mit so und jetzt schaffen wir es dann noch rechtzeitig rüber ne da waren wir auch ein bisschen spät dran ne meine fresse nochmal und jetzt treffen wir gerade gar nichts könnt ihr nicht mal in einer linie schwimmen und jetzt müssen wir es versuchen naja also wir waren die letzten male besser ne das lässt nach auch und dann auch und dann auch auch und dann So, nächster Versuch. Zieht! Nein, es hat wieder nicht gereicht. Eine halbe Sekunde, Mann. Ich lasse das nicht so stehen. Oh ey, das war schon wieder Mist. Vielleicht ist es sogar besser, hier mal ein bisschen die eine Hand zu entspannen und einfach mal ohne Gas rumzuschwimmen. Zumindest bei der ersten Stufe. Jetzt ist das ja okay. Wir sind so überlappend. Das ist echt dämlich. Bitte! Mano, 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 ich bin hier echt kurz vorm Verzweifeln. Nächster Versuch. So. Was ne Scheiße. Hier gibt es auch keine richtige Reihenfolge, oder? Mann! Das darf nicht sein! Macht nix. Und wenn ich das hundertmal mache. Ist mir doch egal. Ach komm! Wertvolle Zeit. Also, der erste, der geht. Also, der erste, der geht. Nein! Da ist die Zeit wieder vorbei gewesen. Aber da haben wir teils so lange hier für die Klauenfische auch gebraucht. Oh, das Ruckeln kommt mir jetzt eigentlich ganz gelegen. Hier? Jetzt? Ich bin super. Ich bin so. Okay, wir müssen einfach zwischendurch Okay, Taktik, so Wir machen erstmal die Fische So wie wir es gewohnt sind Und dann machen wir erst aus den Lücken Flaschen oder irgendwie was da war Also der geht ja so schon Mano, 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 mano So Jetzt schaffen wir es Ah, jetzt sind wir wieder zu spät hier, ne Oh, fuck Da waren wir jetzt, da waren wir jetzt zu genau Da waren wir jetzt zu genau Und diese schöne Musik, ja, ja Ich kenne die irgendwoher, ist das zufällig Sims oder so? Irgendwoher kenne ich die Musik Irgendwann müssen wir anfangen, ne? Nein Oh, Mann Das sah erst gar nicht so gut aus Und ich glaube, das war doch knapper dann als Als ich dachte erst Super Mistvieh Aber die Zeit wieder viel zu weit Fortgeschritten Da waren wir schon über der Zeit weg Über der Zeit her Das war's truth Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Boa Oh, ja Oh, ja Oh ja Oh, ja Oh, ja Komm, zieh, Mann! Leck mich am Arsch, ey! Nächste Folge geht's weiter und ich geb hier nicht auf, verdammte Scheiß hier! Macht's gut, bis dann, Leute! Vielen Dank!